Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal und damit kommen wir zu dem zweiten Teil des Statements von Erik Sindermann zu dem Sommerhaus der Stars und der ganzen Trennungsgeschichte, alles, was irgendwie so damit zusammenhängt. Ich habe hier schon gerade ein sehr lustiges Bild offen, dazu kommen wir gleich erstmal vorab, damit ihr versteht jetzt, warum eigentlich zwei Videos und so weiter. Ich hatte von euch ausgesehen gestern, also dieses Video hier müsste am Freitag kommen, hatte ich schon auf den Teil des Statements reagiert, der halt zu dem Zeitpunkt online war. Ich glaube, eine oder zwei Stunden später, also ziemlich genau, als das Video dann hochgeladen war, ging es irgendwie noch weiter und ich habe mir gedacht, eigentlich ist ja wichtig, dass man das halt auch vollständig anschaut. Ist jetzt nicht so schlimm, dass es zwei Videos sind, weil das Video gestern ging auch schon 15 Minuten lang und ich will ja hier auch nicht irgendwie euren ganzen Tag verschwenden, deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn es zwei Teile sind. Ganz wichtig natürlich, heute Abend kommt der zweite Reaction-Teil auf die zweite Folge von Das Sommerhaus der Stars online, könnt ihr gerne abchecken, also wieder so um, ja, ich glaube so um 19, 19, 30 irgendwie sowas kommen die Videos jetzt dazu immer. Und ja, jetzt von euch aus gestern gesehen, wie gesagt, kam der erste Statement-Teil. Wer den nicht gesehen hat, natürlich am besten vorher anschauen, sonst macht es irgendwie keinen Sinn. Und der erste Reaction-Teil auf die zweite Folge kam auch schon online, also wer den nicht gesehen hat, kann den natürlich ebenfalls anschauen. Ansonsten, Freunde, wir labern schon viel zu lange drumherum. Wir kommen zu dem Statement, lasst gerne ein Abo da, vorab würde mich sehr freuen und damit, let's go. Also, als Einleitung sehen wir auf jeden Fall schon mal ein Bild. Er meinte ja, dass er sie in Las Vegas heiraten wollte, hat er auch schon den Ring gezeigt und so. Das wäre sein absoluter Traum gewesen, okay. Wenn ich jetzt ein bisschen forscher rede oder ein bisschen lauter, bitte entschuldigt mich, ja, aber das ist gerade ein sehr, sehr emotionales Thema und es bewegt mich auch sehr. Die bodenständige Dame, der ihr Geld komplett egal ist, wir haben unsere Kosten ja auch immer geteilt, das ist klar. Immer geteilt, das war immer 50-50, Leute. Also, er sagt jetzt, das war immer 50-50. Ja, unten sind die Lügendinger. Das Ding ist, sie hat ja auch nicht, also, weil, im Endeffekt möchte er ja gerade sagen, das stimmt nicht. Aber er hat ja gesagt, er hat immer alles bezahlt, so wie er das bei allen seinen Ex-Freundinnen gemacht hat. Wir hören aber erstmal noch weiter. Wir haben öfter über Heirat gesprochen. Wisst ihr, was ihr Spruch war? Wenn sie einen Verlobungsring bekommt, muss der mindestens drei Monatsgehälter, ja? Wir reden hier von drei Monatsgehältern, Brutto-Gehältern, teuer sein. Digger, das kann man doch nicht ernst meinen. Also, ich hab's ja beim Statement gestern schon gesagt, ich bin mir da nicht so ganz sicher, Freunde. Also, ich kann's mir nicht vorstellen. Ich sag's euch ganz ehrlich, irgendwie passt das doch gar nicht zu ihr, oder? Ich will jetzt auch nicht sagen, dass er lügt. Ich hab's auch beim anderen Statement schon gesagt. Ich weiß es natürlich nicht, aber es geht ja hier nur um meine Einschätzung, wie das auf mich wirkt. Ihr könnt natürlich auch eure eigene Meinung haben, ganz klar. Aber, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht so ganz, ob das hier, ob das jetzt so die Wahrheit ist. Gerade schon mit dem 50-50 war auch ein bisschen komisch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Ring hier hat 1,5 Karat. Der kostet wirklich ein Vermögen, ja? Der ist schon... Ich kenn mich da gar nicht aus. Ich konnte mir das zu der Zeit nicht leisten. Was hab ich gemacht? Ich bin zu meiner Familie gegangen, ich bin zu Freunden gegangen, um diesen Betrag irgendwie zu bekommen. Ob ich dumm war oder naiv war, ja, 100%. Ja, ich hatte die rosa-rotte Brille auf. Ich muss ganz ehrlich sagen, egal wie viel Stress wir miteinander hatten, wenn Katha mich angeguckt hat, wenn wir im Bett zusammen gekuschelt haben, wenn wir Körperkontakt hatten, wenn wir... Da sind wir wieder beim Körperkontakt. Gestern im Video hab ich noch gesagt, ich glaube, dass das irgendwie so der Einzige... Oder das war das Einzige, was vielleicht harmoniert hat in der Beziehung. Oder was ihm jetzt auch scheinbar sehr noch im Gedächtnis geblieben ist, weil er da sehr oft davon redet. Aber der Rest hat halt nicht so gut funktioniert. Die Bummsi gemacht haben, es gab für mich kein schöneres Gefühl. Und ich hab alles gemacht. Alles, was die Frau von mir wollte, habe ich gemacht bis zum Ende. Und genau deswegen tun mir die Sachen auch so doll weh in der Sendung und wie sie mit mir umgeht. Okay, was schreibt er hier? Für diese Momente habe ich alles getan und es fällt mir immer noch sehr schwer, diese Bilder zu sehen. Mir ist es egal, ob ihr Team Katha oder Team Erik seid. Wichtig ist mir, dass ihr die Wahrheit erfahrt. Gut, okay. Er sagt jetzt, es ist die Wahrheit. Natürlich lustig, was er hier für Bilder einbaut. Ähm. Ja gut, okay. Wir nehmen es mal so hin. Okay, Thema Absprache. Da bin ich gespannt. Ich stehe hinten weg, ich äußere mich jetzt mal bitte zur Show, ja? Leute, wir kommen mal zu der Absprache. Wir hatten folgende Absprache. Dass ich mich nicht zu ihrer Familie äußere, ganz klar. Und ich habe auch ein, zwei Sachen gehabt, wo ich gesagt habe, darüber sprechen wir. Um uns vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu erinnern. Ihre Eltern sind reich oder irgendwie so hat er das gesagt. Sie hat wohlhabende Eltern irgendwie so in die Richtung ging es. Was auch ein bisschen komisch war, das irgendwie zu erwähnen, aber gut. Ich habe mich dann aber auch trotzdem zu ihrer Familie geäußert, weil sie mich mit der Poolaktion so krass hintergangen hat. Und alle Leute, die jetzt sagen, ja, du hast sie da total blamiert. Sie kommt aus einem konservativen Job. Wie konntest du nur? Leute, bitte alle mal jetzt nachdenken, ja? Ich versuche das mit einem Beispiel jetzt zu erklären, sodass es jeder versteht. Also, ihr warst so peinlich, dass ich nackt mit meiner Krone im Pool springe, aber ihr ist es nicht peinlich mit ihrem konservativen Job, dass sie auf Deutsch gesagt, Leute, jetzt haltet euch bitte alle fest. Okay, wir halten uns fest. Kata, ist es mega peinlich, dass ich nackt in den Pool springe mit einem Seil. Haben wir soweit jetzt verstanden. Das ist peinlich, das ist peinlich für ihre konservative Familie, für ihr konservatives Leben, für ihren konservativen Job. Das ist peinlich, das ist eine Blamage, aber es ist dir nicht peinlich mit Dr. Sinsen a.k. Erik Sindermann. Ich drücke es jetzt extra mit einem Kraftausdruck aus, damit es hier jeder versteht. Ja, also das war auch komisch, dass sie da immer mitgekommen ist bei ihm und auch die Geräusche, die sie da gemacht hat, um ihm das irgendwie zu erleichtern. Also, das war auf jeden Fall schon sehr komisch. Habe ich in so einer Form auch noch nirgends erlebt oder gesehen und auch nicht dran geglaubt, dass es sowas geben würde. Aber, okay, lassen wir mal so stehen. Das Ding ist, mit der Pool-Aktion, also ich weiß auch nicht, ich habe vorhin irgendwas gelesen, so, ich weiß aber nicht mehr, wo das war, Promi-Flash oder irgendwo, keine Ahnung mehr. Sonst hätte ich es gerne im Video gezeigt. Da ging es irgendwie so mäßig darum, ja, sie fand es schlimm, aber alle anderen Frauen fanden es ja nicht schlimm, sondern lustig dort. Wo ich mir dann so dachte, ja, aber wenn die es alle feiern, ist ja okay so, aber sie fand es halt schlimm. Ich muss trotzdem sagen, ich hätte es jetzt an ihrer Stelle auch nicht so schlimm aufgefasst, weil man muss ja ganz klar sagen, diese Sendungen dienen ja der Unterhaltung. Und natürlich, wenn du gerade noch dazu mit jemandem wie Erik da reingehst und auch schon weißt, wie er in anderen Formaten drauf war, etc., dann weißt du auch irgendwo, worauf du dich einlässt. Und dass er jetzt nicht derjenige sein wird, der ruhig in der Ecke sitzt, war auch klar. Dass sie mit auf der Kamera war, wusste sie nicht. Leute, versucht mal bitte nachzudenken, ja. Sie hat sich sendet... Ja, also ich meine, es ist ja klar, dass da überall Kameras sind. Also es gibt da wahrscheinlich fast keinen Winkel, in dem die Kameras oder keine Kamera irgendwie hinkommt. Klingt jetzt nicht so plausibel für mich. Wir kennen jetzt ihre Meinung halt leider nicht dazu. Das wäre gut, wenn man das irgendwie abwechselnd anschauen könnte, was sie dazu sagen. Beide, ne. Aber auf jeden Fall würde ich jetzt mal, um nochmal kurz drauf zurückzukommen, auch sagen, die Badezimmer-Aktionen wären mir an ihrer Stelle auf jeden Fall unangenehmer als die Aktion, dass er da nackt in den Pool gesprungen ist. Alle anderen Frauen fanden es lustig. Sie kommt extra an und macht hier so den Möchtegern-Stress. Genau da, also ich habe es hier drin nicht gesehen. Das war irgendwo in Textform. Aber wie gesagt, im Endeffekt, du weißt, alle feiern, heißt ja nicht, dass sie es auch feiern muss. Ich kann da echt mir gerade einen Kopf fassen. Und die Kameras lügen nicht, Leute. Man sieht doch die ganze Zeit, wie sie immer genervt ist, wie sie mit mir komplett unzufrieden ist und wie sie immer irgendwie, ja, so einfach unzufrieden guckt. Ja, das hat jeder von euch gesehen. Da ist keine Liebe im Gesicht, in der Mimikgestik überhaupt nicht. Sie ist nur unzufrieden mit mir. Und das war auch in der Beziehung immer das Problem. Weil sie immer unzufrieden mit mir war. Sie hat mich immer kritisiert. Also das erklärt vielleicht auch so ein bisschen das, warum er teilweise auch nur bei so kleinen Kritikpunkten von ihr irgendwie schon direkt so voll an die Decke gegangen ist, mäßig. Und halt irgendwie direkt meinte, ja, immer kritisierst du mich für alles oder irgendwie so, na, ich kann es jetzt nicht mehr genau wiedergeben. Da dachte ich mir auch immer so, das waren ja jetzt eigentlich nur so Kleinigkeiten. Ist jetzt nicht weiter schlimm. Aber ihn haben die irgendwie mal sehr getroffen. Und er hat sich dann immer so in diese Opferrolle halt gestellt, dass er in der Beziehung irgendwie voll runtergemacht wird oder so. Also wenn das wirklich so war, dann könnte das erklären, warum er da halt so schnell irgendwie oder warum er da so sensibel drauf reagiert hat. Ist schwierig, was dazu zu sagen. Wir sind nicht dabei. Wir wissen es halt nicht. Ja gut, also bei der einen Challenge, die in der zweiten Folge dran ist, Teil 1, der wie gesagt schon online ist, da gab es eine Challenge, wo die beiden auch Platz 1 waren, also sehr gut abgeschnitten haben. Und da hat er viele lobende Worte gehört. Und das ist so das, was ich einfach unreal ein bisschen finde, weil die Kleine sich auch immer meine Aufmerksamkeit geholt hat. Die Kleine. Okay, ich sag mal nichts dazu. Ey, sie wusste von Anfang an, mit wem sie zusammen geht. Sie hat nicht die Katze im Sack geholt. Sie wusste, ich bin Entertainer. Ich mach auch vieles, auch vor der Kamera. Ist mir egal, ich geh da auf Klo, ich leck die Klobrille ab. Ist doch vollkommen egal. Es ist mein Spaß, ich find's lustig, ich muss damit leben, ja? Und sie wusste, ich find's auch meistens sehr lustig. Von Anfang an, wie Dr. Sinsen, wir hatten so oft auch dieses Streitthema in der Beziehung, ja? Wo ich ihr ganz oft gesagt habe, ey, du brauchst jemanden, du brauchst einen BWLer, einen Rechtsanwalt, irgendwas in der Richtung, so. Das passt am besten zu deiner Seite. Hab ich ihr 3000 Mal gesagt, auch wenn es mir weh getan hat, aber das ist ja auch mein Denken. Was holt Katta sich immer? Immer irgendwie Halbpromis, zu denen ich mich auch zähle. Sie sucht immer den Kontakt dahin, versucht auch trotzdem immer an dieser Szene drin zu bleiben. Und deswegen find ich das auch so unreal, wie sie sich darstellt. Okay, also das Ding ist, sie kam halt so rüber, also auf mich, als hätte sie generell mit so dieser ganzen Fernsehwelt und so gar nichts zu tun. Guckt diese Formate nicht an, ist da kein Fan davon und hat auch keine Berührpunkte irgendwie in diese Welt. Jetzt sagt er halt, sie hat mit vielen Halbpromis, denkt ihr, ich zähle auch schon dazu? Nein, Spaß. Auf jeden Fall sagt er jetzt, sie hat hier, sucht immer den Kontakt zu Halbpromis und so. Mäßig so ein bisschen in die Richtung so, die versucht da irgendwie dadurch vielleicht nach oben zu kommen oder so. Also so würde ich es jetzt interpretieren von ihm. Ja, ich kenne sie nicht. Also ich kannte sie nicht und ich habe auch so weiter nichts von ihr mitbekommen, mit welchen Leuten sie sonst irgendwie unterwegs ist oder so. Aber okay, mal gucken, was Erik noch dazu sagt. Sie stellt sich da, wie die Kleine vom Volk, die eigentlich gar nicht da rein wollte und auch in der Sendung, aber immer wieder gegen mich schießt, auch immer sagt, sie wollte das gar nicht. Das hat sie nur mir zuliebe gemacht. Ey, das macht sie doch auch nur, um die Sendezeit zu bekommen. Es wurde in der zweiten Folge auch erklärt, wie er sie dazu gebracht hat, da mitzumachen. Ich werde das jetzt in dem Video hier nicht ausführlich irgendwie drauf eingehen, weil falls irgendjemand die Folge noch nicht gesehen hat, möchte ich das jetzt nicht irgendwie spoilern. Guckt euch das nochmal an. War aber auch schon sehr komisch und ich habe mir so gedacht, wie kann das funktionieren, dass die Person dann da mitmacht. Ich kann es mir sehr schwierig vorstellen, dass sie da wirklich gar kein Interesse hatte und nur aus Liebe da mitmacht. Aber Leute, denkt einfach mal ein bisschen nach und diese Pool-Aktion und die Klo-Aktion, was ist wohl peinlicher? Das muss ich jetzt hier natürlich zensieren, aber ich würde sagen, in meinen Augen ist auf jeden Fall die Klo-Aktion deutlich peinlicher. Könnt ihr gerne mal kommentieren, was ihr dazu sagt. Ganz kurz, weil viele angemerkt hatten, warum der kleine Dr. Sinson in nur eine Hand passt. Es war an dem Tag sehr kalt, ja natürlich, und ich war ein wenig aufgeregt, sonst benötige ich zwei Hände. Okay, den Humor hat er nicht verloren. Und ständig in der Sendung wird gesagt, sie hat einen Bachelor, sie hat ein Studium, bald Doktor. Im Endeffekt, ich werde eigentlich nur kritisiert. Ich bin dumm, ich bin Depp, ich bin asozial, aber warum musste man da den Asozialen nehmen so? Warum? Ich verstehe es nicht. Wisst ihr was, ich glaube, ihr kennt das alle, wenn ihr so irgendwie eine Person, keine Ahnung, egal ob kennenlernen fahrst oder Beziehung und es geht zu Ende, dann hat man oft so das Gefühl, ja, wenn das und das ja nicht gepasst hat und das hier, keine Ahnung, so egal welche Punkte der anderen Person ja dann gar nicht gefallen haben, warum hat sie mich dann überhaupt genommen oder warum wollte sie mich dann überhaupt mal und so? Ich weiß nicht, wie objektiv dieses Statement halt einfach ist. Also es wäre schon unwahrscheinlich, wenn das jetzt wirklich die objektive Sichtweise, die jetzt vielleicht auch wir darauf hätten, wäre. Einfach weil er halt emotional in dieser Situation betroffen ist so, ne? Und dementsprechend das halt auch anders wahrgenommen hat vielleicht vieles. Und dann halt gerade diese Fragen, das ist halt irgendwie typisch so wie, ja, warum wollte sie mich dann überhaupt? Und das Problem ist, es wird ja auch nicht alles gezeigt. Also ist echt schwierig, da irgendwie was dazu zu sagen. Wenn die Kamera da ist, gibt es Küsschen? Sonst nicht, das habe ich auch in der Beziehung. Ey, wenn wir irgendwo im Club waren, wenn natürlich irgendwelche Mädels da waren, hat sie nur an mir dran gehangen. Da gab es drei Millionen Küsschen und liebe dich und bla bla bla. Wenn wir zu Hause waren, überhaupt nicht das Gleiche, überhaupt nicht die gleichen Gefühle. Und das sind für mich einfach Sachen, wo ich einfach, oh, ich rede mich gerade im Kopf vom Kran. Wenn das so war, kann ich es verstehen, dass Ihnen das halt nervt, ja? Ganz kurz, weil ich das Wort konservativ nicht richtig aussprechen kann. Ich muss dazu nochmal betonen, ich benutze nicht so oft Fremdwörter. Und dieses Wort ist jetzt sehr, sehr oft gefallen, aber ich kann es einfach nicht aussprechen, ja? Also nehmt mir das bitte nicht übel. Zum Thema, dass ich Katha ins Sommerhaus gezwungen habe. Leute, Katha ist eine Analytikerin, Analystin, ähm... Geil, er weiß doch nicht mal genau, was sie eigentlich war. Analytikerin, Analystin, ah, keine Ahnung, Analphabetin. Ist alles das Gleiche, muss man nicht wissen. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Sie überlegt sich jeden Schritt haargenau, ja? Das hat sie auf jeden Fall auch über ihn gesagt, dass er immer alles durchdenkt und weiß, was er macht und so. Das ist Katha auch sehr, sehr akkurat, um es mal so auszudrücken. Dazu werde ich mich aber in den nächsten ein, zwei Wochen äußern, jetzt noch nicht. Okay, dann kommt da das nächste Statement. Also glaubt doch nicht, dass ich so eine intelligente, hochintelligente Frau gezwungen habe oder es schaffen könnte, sie in so eine Show zu bringen, ja? Für Katha war Sommerhaus immer die geilste Show. Sie hat die Show geliebt, das muss man mal dazu sagen. Ach krass. Okay, das ist krass. Also er sagt jetzt, es war ihre Lieblingsshow. Ich glaube, ich habe es sogar vorhin in der Reaction noch gemeint, dass es so rüberkam, als hätte sie ja generell mit diesen Reality-Shows und so nichts zu tun. Guckt es nicht an, feiert es auch nicht irgendwie sonderlich oder so. Jetzt sagt, es war ihre Lieblingsshow. Wie negativ sie zu mir ist, sie kritisiert mich, sie sagt ständig, sie ist intelligenter, besser, Bachelor, blablabla. Mehr Kohle auf dem Konto, da sind wir beim nächsten Thema. Thema Geld. Es ist so schlimm, wenn man für eine Frau alles gibt, ja? Sechs Monate. Ich musste nur lachen, weil es mir jetzt so herangetragen wurde. Wir hätten die Kosten geteilt. Ja, dann können wir doch mal ein paar Abrechnungen machen. Wollt ihr mal ein paar Quittungen sehen? Oder wollt ihr mal sehen, wie viel Geld ich ausgegeben habe für sie? Soll ich das öffentlich machen? Nee, mach ich nicht. Wäre jetzt eigentlich nicht so interessant, wollte ich gerade sagen. Ich habe doch mehr Geld auf dem Konto. Ja, dann könnten wir doch auch mal von deinem Geld leben. Warum haben wir dann nur von meinem Geld gelebt? Also das hat er ja auch genau so eigentlich schon gesagt. Wenn du mehr Geld hast, warum bezahle ich dann immer alles? Dann meinte er aber so, er hat schon immer alles für seine Ex-Freundinnen bezahlt. Ja, ich kann da nur dazu sagen, ich finde auch, man sollte die Kosten auf jeden Fall teilen. Also alles andere macht keinen Sinn. Das muss jetzt nicht 100% genau übereinstimmen auf den Cent und Euro genau. Aber wenn das halt zu einseitig ist, dann kann man es einfach vergessen. Leute, bitte chillen. Wartet doch mal ab und hört auf, mich gleich wieder zu beleidigen. Dass die Arme nicht ins Sommerhaus wollte. Die Nachricht ist vor mehreren Monaten entstanden. Sowas hat man vielleicht auch gemacht, um seine Gage höher ansetzen zu können, beziehungsweise zu verhandeln. Einigen Menschen geht es ums Geld, den anderen um wahre Gefühle. Einfach ein bisschen abwarten, meine Besten. Okay? Also klingt so, als würde da auch noch mehr kommen. Ja, wieder die besten Gifts, die er hier reingepackt hat. Wenn ich es jetzt richtig verstehe, ich habe es nochmal durchgelesen, sagt er quasi damit aus, So von wegen, dass sie so getan hat, als würde sie nicht dahin wollen, um die Gage höher ansetzen zu können. Oder wie ist das jetzt gemeint? Also ganz habe ich es nicht verstanden, glaube ich. Könnt ihr mir gerne erklären in den Kommentaren. Ach krass, Vanessa macht auch Musik. Ja gut, Freunde, das war es schon wieder mit dem ganzen Statement hier. Ihr seht hier wieder mein Instagram, zufälligerweise. Wie auch immer ich jetzt hier drauf gelandet bin, ihr könnt da natürlich gerne einen Follow da lassen. Ja, ansonsten kann man eigentlich nur gespannt bleiben, was noch kommen wird an Statements. Wie gesagt, man müsste auf jeden Fall mal die zweite Sicht auch von ihr sehen, was sie dazu sagt. So ist es halt ziemlich einseitig. Und ja, dementsprechend mal abwarten einfach, was da noch kommt, Freunde. Checkt gerne die ganzen Sommerhaus-Reactions ab. Die sind auf jeden Fall auch sehr lustig. Ich feiere das Format auf jeden Fall übertrieben. Und ich hoffe, ihr auch. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, Freunde. Ciao.